Genau, vor dem Dreh ist es nachdem. So Steffen, ich würde es jetzt erstmal ganz kurz nochmal trocken probieren, so, dass wir das auch recht authentisch hinbekommen. Ja, ich muss mir den Text erst nochmal angucken. Ja, fang einfach mal an. Geht es so, wenn ich es so halte? Nee, weiter runter. Okay, und sieht man, meine Augen wandern jetzt? Ja. Muss ich es ausgewendig machen? Mach erstmal einfach frei von der Leber weg. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nee, nee, stopp, stopp, wir sind nicht beim Nachrichtenprogramm. Mach nochmal bitte ohne liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Was hast du denn da stehen? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ach so, wirklich, im Ernst, das streichen wir. Liebe Kundinnen und Kunden des Werkraums 6. Kannst du das nochmal machen, ohne so viel mit dem Kopf zu wackeln? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ach, Mensch. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kundinnen und Kunden des Werkraums 6. Ja, nochmal bitte, aber ohne Kopf gewackelt. Und freundlicher bitte. Mach mal eine Klappe, wir probieren es mal scharf. Szene 1, take. Halt es mal richtig in die Kamera, man kann es nicht lesen. Und bitte. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Matt, fahrt nochmal, guck nochmal wirklich mal 3 Sekunden erst in die Kamera und start dann bitte. Und lächeln. Sei doch mal ruhig. Liebe Freundinnen und Freunde. Nee, das war doof, du hast auch die Augenbrauen so hochgezogen, wir sind ja im Zirkus. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Liebe Freundinnen und Freunde. Guck mal, so sieht das aus, ich mach dir das nochmal vor. Liebe Freundinnen und Freunde. Das ist doch scheiße. Klappe. Zweites Take. Neuaufnahme. Oh Gott. Dominik, Dominik, Dominik. Du hast hier nur 3 Jobs, ja. Und die wirst du doch mal wirklich jetzt mal zufriedenstellen, lösen können, ja. Bitte. Liebe Zuschauerinnen. Das war jetzt aber auch schon mal ganz gut. Du hast die Augenbrauen unter Kontrolle. Schau doch mal, dass du irgendwie mit den Händen ein bisschen was machst, um das so ein bisschen mehr zu untermalen. Ja, genau, genau. Bis wohin bin ich zu sehen? Du bist zu sehen, bist kurz unter die Nippel. Sieht nochmal den Bauch. Liebe Kundinnen und Kunden. Stopp nochmal, mach dir mit den Händen das ruhig, mehr Ausdruck geben, so Lapidase. Ja, genau, ja, so was Mitnehmendes, genau. So einfach auch Freude ausstrahlen. Kann ich direkt? Ja, mit mehr Freude. Liebe Zuschauerinnen und Freunde. Stopp, du hast die Augenbrauen gehabt, aber die Augen an sich könntest du weiter aufmachen. Kannst du die Augen weiter auf... Ja, ja, genau. Dominik, mach mal ein neues Thema. Ich bin bereit. Liebe Kundinnen und Kunden des Werkraum 56. Mann, der Ton, Mann, jetzt war es perfekt fast. Liebe Kundinnen und Kunden des Werkraum 56. Stopp, wo sind die Hände? Du musst auch menschlicher sein. Ja, werd mal die Anspannung los, genau. Jetzt machen wir ein neues Take. Meine Hände spitzen schon richtig. Neues Take, bitte. Dominik. Liebe Zuschauerinnen. Ja, genau. Liebe Zuschauer... Liebe... Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Freundinnen und Freunde... Das war jetzt, sorry, dass ihr jetzt rein... Ich habe aber jetzt kein Schönerstärmchen gesprochen. Liebe Kundinnen und Kunden... Ja, da hast du auch so ein bisschen dein Herz reibende bei. Weißt du, dass du halt... Ich meine, hey, die bezahlen unsere Gehälter. Liebe Kundinnen und Kunden, liebe Freundinnen und Freunde... Bleib mal dran. Bleib mal dran. Ich wollte jetzt den Text irgendwie nochmal so... Ich antworte jetzt nicht drauf, ja. Liebe Freundinnen und Freunde... Du hältst immer wieder zurück. Ich sehe keine Hände, ich sehe nur die Braue. Das war jetzt alles schon... Es geht alles in eine gute Richtung. Ich finde, dass du dir jetzt nochmal vorstellst... Du wärst im Mutterleib. Du hast Sicherheit. Ja, ich fühle das. Du bist selbstbewusst, dir kann nichts passieren. In die Kamera, Augen schön auf. Genau, du bist da. Vergesst die Hände nicht. Kein Brauenzucken. Und bitte. Liebe Freundinnen und Freunde des Werkraum 56... Ja, stopp, stopp, stopp. Das war schon... Das war saustark. Sau stark. Warte mal. Ein Tick, mir fehlt noch eine kleine... Ah, Steffen. Zieh das nochmal auf. Und dann haben wir es. Dann machst du es genau so. Mutterleib. Steffen Schmidt. Weihnachtsbotschaft. Und... Bitte. Jo, hast du doch gut gemacht, Alter. Frohes Neues und so noch. Hochschul. Und dann kannst du es. Sch holding. driven. Untertitelung des ZDF, 2020